Ein wunderherrliches Moin Moin und Willkommen zurück zu Judgment, äh, Episode 7. Sorry, die letzten drei Folgen war ich irgendwie lauter als geplant. Oh, hallo Kaito. Hey, Kaito. Hast du dich mit Ayabe gesehen? Nein, aber ich habe einen Host von Hamura gebetet. Hm? Was ist das? Das Team kann man, die sich mit den Häusern auszuhalten, der Keeping an Luf. Was ist das? Als ein Abend der Anzeige, der Schaehjeler hat den Häusern gelegt, hat sich ge deverm adventurous und in den Saunen dischließt. Das liegt mit dem Himmel. Wenn man einen Häusern kammieren kann, muss man sagen, ist. Ich werde hier ein Verblastung von Hamura. Hey, woher ist das KJ-Halt? Das ist ein Schuss, oder? Wenn du dich in der Veranstaltung findest, dann wäre es ein Schuss. Wenn du so etwas sagst, dann würde ich nicht mehr gehen. Hm, das ist doch so. Das ist ein Schuss. Ich bin ein bisschen verfranst, sodass ich irgendwie lauter war, als ich wollte. Ich hoffe, das hat jetzt nicht allzu sehr gestört. Hier wurde Sire verprügelt. Das müsste auf den Aufnahmen der Überbrungskamera zu sehen sein. So, wie immer. Also, ich gehe davon aus, dass hier irgendwo eine Kamera hängt. Da. Aber wir suchen erst die Katze. Katze hat immer Priorität. Und die habe ich hier irgendwo gehört. Bist du hier drinnen? Alter, jetzt habe ich dich aber... Da! Katze hat immer Priorität. Wie gesagt, wir 100% in das Spiel hier nicht oder so. Aber Trophies nehmen wir trotzdem gerne mit. Da ist die Kamera. Es gibt also eine Kamera. Hoffen wir, dass Hamura auf den Aufnahmen zu sehen ist. Dann wird sie die Ermittlungen abgeschlossen. Cutscene time. Also erhalte ich wieder meine Fresse. Sogono, omae! Mita, kao ya naa. Oh? Murase. Cheegu ya noo! Kei to. Kei to? Da bin ich mir nicht so sicher. Aber alleine würden wir das auf jeden Fall nicht schaffen. Diesmal ein richtiges Katana, ja? Natürlich. Ich hoffe, wir liegen Waffen rum. Das war's für mich. Das war's für mich. Der war okay, der Move, aber schon besser, wie wir sehen. Aber das war einer von denen, die wir uns freigestattet haben, ne, wenn wir auf den Boden liegen, dass wir dann auf den Dreieck die Exhibitionen versuchen können. Au! Ey! Und ich glaube, wir können wieder auf den Tiger-Style übergehen. Ja, blocken brauche ich das Katana nicht. Zieh mir mal ein Fahrrad über den Schädel, oder? Dann blockt er einfach. Natürlich blockt er einfach den Fahrrad. Das ist ja wieder, als wenn ich einfach sein Schwert blocken würde. Hat was zu werden. Wow! Das ist schon echt ziemlich cool inszeniert. Beide auch mega überzogen. Ich meine, hier passiert so ein Kram. Eigentlich klären wir einen Mord auf, ne. Beziehungsweise, wir sind hier richtig, äh, Fahrtdetektiv unterwegs und helfen dem Anwalt und so. Aber wir prügeln hier irgendwelche Yakuza-Leute. Nichts, da. Wie machen wir das? Die machen wir. Einfach weil sie so schön diese Mauer auskommt. Au, au Kaito, kannst du ihn nochmal grabben? Da liegt ein Hammer Da liegt ein Vorschlaghammer auf dem Boden, den will ich haben Oh, Feierabend Hau den Murase Hau den Hammer auf dem Husten Das Erzeug ist schon Auf offener Straße? Es gibt keine Säuner, die nicht in der Zeit, und die Beobachter sind in der Zeit, bis zum Frühstück. Das ist das, die Beobachter haben, dass die Beobachter die Beobachter der Beobachter stattfindet. Das ist die Beobachter. Das ist die Beobachter. Für die Beobachter, dass die Beobachter der Beobachter die Beobachter stattfindet? Das war's für heute. ... und dass die Begründung der Begründung der Begründung der Begründung der Begründung nicht verstanden hat. Entstanden. Dann, ich werde den Begründung der Begründung der Begründung beantworten. Sie sind die Begründung der Begründung, die sie mit denen zu schützen. Aber sie sind die Begründung, die Sie in der Begründung nicht von der Begründung. Einige zu sagen, dass die Begründung vorhanden ist. Sie sind die Begründung, was Sie ist? Sie sind sicher nicht? Ja, das stimmt. Was ist mit ihm? Äh, was? Wer mich jetzt rollen? Ja, besser ist das. Da ist doch irgendwas im Busch. Und jetzt wird er bedroht. Ja, ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ja, ich weiß nicht. Ich kann nicht mehr sagen, dass ich es nicht möglich sein kann. Ich weiß es. Hey, wie geht's denn, Yagami? Kann ich an die Polizei? Kaihto, Yagami. Das ist richtig. Jetzt ist er, nach dem KJ. Das ist richtig. Was ist das? Das ist der Fall. Was ist der Fall? Was ist der Fall? Du kannst du viel Zeit für dich. Du kannst du das, dass der Fall sein kann. Du kannst du was machen. Du kannst du was. Das machen wir. Hier, wo warst du halt nochmal verprügeln? Ja, Gami sieht echt mad aus. Dann prügeln wir uns nochmal durch das Hauptquartier, ja? Oh, komm schon, ich hab keine Zeit für Superquatsch. Das richtige Böse, Leute. So, schnell hin da. Geht mir aus dem Weg, Leute. Keine Zeit. Ruf denn jetzt an. Ach, halt doch. Was ich da? Seiya ist da. Okay. Das ist怪bar. Ich verstehe. Ich bin hier in der Zeit. Ich bin der KJ-Yard. Seh'n ich aber gar nicht. Well. Sieht ein bisschen aus, als wäre Yagami ein wenig besoffen. Aber schon okay. Ich habe hier, als wäre ich in der Zeit, wie ich hier habe. Ich habe hier im Raum gebeten, wie ich es gehe? Erstens, der Schussflug ist nicht bekannt. Ich habe keine Ahnung, aber man kann die Schuss. Ich kannst darauf achten, dass ich mich nicht auf die Schuss verletzeuge. Dann kann ich mich nicht auf dem Weg nach Hause gehen. Also, ob ich einen Einfluggeraden finde, und ich bin nicht aufgeregt. Ja, ich glaube nicht. Ich denke, was ich so richtig. Das Spiel ist der Mechanik. Und was? Erstens, ich bin auf der Seite von Bill. Und, während du dich in die Schauspielerin hast, gehst du in die Schauspielerin. Die Schauspielerin ist das? Das ist gut, oder? Ja, und was ist das? Das ist klar, wenn du dich in die Schauspielerin wirst. Ja gut, dann gehen wir da mal rein. Er macht gerade alle. So lenkt er sich also ab. Ja gut, dann gehen wir da mal rein. Ja gut, dann gehen wir da mal rein. Hey, die Klimaanlage wurde repariert. Dünner Draht. Warum war das N gerade groß von Betreten? Verschlossen. Aber ich glaube, sie sollte sich leicht bei Hand knacken lassen. Aufsperren, Schloss umgehen. Was ist denn jetzt der Unterschied zwischen Schloss knacken und Schloss umgehen? Lass die Daumen sprechen. Der Dietrich ist die Oldschool-Methode, um ein Schloss zu knacken. Schiebe einen dünnen Draht unter dem Türstütz hindurch und drehe den Türknopf auf der Innenseite, um die Tür zu öffnen. Wenn du keinen dünnen Draht hast, funktioniert diese Aktion nicht. Ich verwende L und R, um dem Symbol innerhalb des roten Rahmens, wie auf der linken Seite vorgegeben, zu folgen. Wenn L und R auf dem gleichen Symbol sind, fängt das Symbol automatisch an, sich zu bewegen. Folge mit L und R dem Weg des Symbols. Wenn du dem Symbol nicht exakt folgen kannst, musst du von vorne beginnen. Jede Tür hat ihr eigenes Muster, das geknackt werden muss. Da schreit nach einem Draht. Ich sollte noch einen übrig haben. Ja, den haben wir gerade aufgesammelt. Jetzt bin ich verwirrt. Einfach jetzt nur hier hinterher? Okay, also besteht auch die Möglichkeit, dass der Draht nicht kaputt geht. Wir schleichen uns mal hinten hoch. Und jetzt ist er ja der Waffendealer? Jo, direkt den Panikbutton drücken, oder was? Au! Oh, der macht auch ganz gut Damage. Schau mal irgendwelche Waffen, wie er hier rumliegen hat. Den Baseball-Stumpel. Na? Ist Maul gefällig? Oh, was ist mit Halschie? Lockt der die Angriffe? Au! Da ist der Schläger kaputt. Holz-Katana. Wow, voll die Katana-Moves. Ich glaube nicht, dass man so einen Katana zuschlägt. Yagami. Ich hoffe, es gibt ja auch in dem Yakuza-Name wieder so eine Arena. Das ist doch mal gut. Haben wir weggeworfen, den Typen. Passt halt schon. So. Aber jetzt ist Neu hier. Du wusstest aber auch direkt wo der Panikbutton ist, oder was? Ja, ich will noch eine von den Waffen mitnehmen. Ey, die sind alle weg. Was gibt's hier? Hier ist wieder das Büro. Hier haben wir uns doch schon mal geprückelt. Gibt's irgendwas? Ja, dann hier nach oben. Das Lockpicking ist auch echt relativ easy, muss ich sagen. Wow. Ey, keine bösen Wörter. Au. 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 Pass ich mal mit deinem Katana. Okay, ich hab nur ein Holz-Katana. Aua. Das hat böse geknackt. Das Holz-Katana ist dabei natürlich kaputt gut gegangen. Na denn? Au. Ey. Komm mal auf damit. Alter, was stimmt denn nicht mit dir? Äh. Sollte was essen. Das ist Terminan-X. Jo. Au. Ja. Das war wichtig. Alter, wie der reinhofft mit sein Katana. Fick dich. Fick dich. Blöder Penne. Schön Schieblas. Sie könnte auf den... Sie könnte auf dieser Etage sein. Gucken wir mal. Oh. Ey, mal vier Loks. Also vier Stifte. Oh. Ja, moin. Das geht relativ easy. Wir haben sogar noch ein Stamina-X bekommen. Ich glaub, das werd ich auch gleich mal... Obwohl wir... Wir haben ja so viel Futter, ne? Hier... Gekochtes Seegras. Ein Eintopf. Dann haben wir hier noch... Ramen. Yakisoba. Nochmal Yakisoba. Was reicht denn auch? So, wieder Full Life. Du schon wieder. Wenn du noch so gut bist... ...dann wir uns noch mal sprechen. ...dannierst du Kofi? Wo ist die Kofi? Wo ist denn? Das ist in der Kofi? Es ist eine Kofi. Das ist eine Kofi. Es ist einfach da. Hm. Wie läuft der Kopf für die Tür? 1370. Okay. Die Tür? Ach. Das ist nicht die Tür mit dem Kopf. Oh. Schon wieder Lockpack. Hey, gib mir meine Erfahrungspunkte was. Weiter. Weiter. Können wir mal neue Skates kaufen, oder? Die Kombo-Geschwindigkeit. Ich will neue Moves haben. Das hier können wir mal verstärken. Uh. Ja. Ja. Toll. Wollen wir da schon rein? Ja, holen wir wohl. Der Empfangsraum. 1370. Sauber. Ist so offen. Wie doch einfach sauber steht. Hahaha. Da ist sie. Oh, schöner glänzender Tisch. Ja. 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 Da ist sie nicht so weit, oder? Ja. 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 Ich weiß nicht, dass ihr alle gewinnen. Immer wenn man will, kann man sich nicht und ständig verletzen. Oh, das stimmt. Aber das ist nicht so. Nicht nur ein Verabschiednis, sondern ein Verabschiednis. Geh mal ein bisschen. Jägerisch! Insofern, die Verabschiedung und Verabschiedung haben sich seit 7 Jahren geholfen, dann wird es mehr lange dauern. He, du bist jetzt hier bei Breaking Bad, oder was? Okay, Kion-Hak-Zai. Du hast noch eine Summe gesendet, ne? Verdammt. Oh! Das Schöne! Du bist hier! Ich hab euren Boss schon mehrfach verprügelt. Wie kommt ihr jetzt darauf, dass ihr hier irgendwas reißen könnt? Wie kommt ihr da auf? Aschbecher auf dem Kopf? Au! Ey! Das war nicht fair! Jetzt gucken wir die Wrestling-Boost. Alter! Es gibt ordentlich Booster auf die X-Leiste. Aua! Ey! Kollege! Geht's aber mal gut, ne? Ja, das wird so gut. Na komm! Ich hab gerade meine Hand durch seinen ganzen Körper gesteckt. Na ja, why not? Gut, dann haben wir das Mädel befreit. Wir müssen dann gehen gehen. Wir müssen gehen. Ichira zu dir, ich. Die Musik. Ich bin dort, Yagami. Murase. Alle? Wir müssen dich gut sein. Não, aber das hat alle. Wenn Sie nicht, es sind, es nur das die Menschen in der Zwischen Giovang. Sie haben eine Alize für die Hügel. Sie haben nur die Hügel. Aber es ist nicht so, dass Sie sich das Körper anzunehmen. Dann... ... wer war das? Ich weiß es noch nicht. Aber... ... der Hamura kennt sich das. Er war wohl mit einem neuen Verletzten. Was ist das? Ganz richtig. Mehrere Tatsachen deuten darauf hin, dass Hamura in die Sache verwickelt ist. Ich glaube, das wird noch ein großer Föll. Jetzt hat er Shintani in der Hand. Sie sind in der Hand. Ich habe einen Hüter und ich habe einen Hüter. Ich habe mich daran gedacht. Ich habe mich nicht vergessen. Dann habe ich den vor kurzem gesagt. Ja, ich habe mich nicht verletzt. Herr Kassler, ich habe keine Verletzung für diese Verletzung. Wie ist der Verletzung? Wie ist das? 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 Wie ist das?